Oh, Invisible Inkonsol Edition, das Game vom Dezember 2016. Und da geht es auch schon los. Musik machen wir weg hier. Ok, warte mal, Akzept, können wir irgendwo Akzept machen? Ah, hier, Akzept, genau. Guck mal, was es hier sich handelt. Und los gehts. Start die UIG, jawoll. Neural Uplink initialized. Ok. Missing Agent, look at, Tucker, Brian, Operation Interface, 3, 2, 1. Also der Agent wird, Missing Agent, look at, irgendwas wird vermisst jedenfalls, ne? Und wo ist das? Operator, we have a delicate situation here. Decker, Decker, found himself some trouble on his day off. Something involving a whiskey bar and his big loud mouth. He's usually better at covering up after such indiscretions, but this time, FTM security got the drop on him. They noticed his non-market augments, and now they're curious about where he got them. I'd like to leave him to sweat it out for a while, but we can't have this coming back on us. We're going to break him out. Incognita has activated his failsafe neural uplink. I'm patching you through now. What are you saying? There he is. Wake him up. Can we not have a Teleっちゃством rank here? I don't believe that, I believe Deutsch is not. In reality, the rear that happens anyway. At one point? Decker was captured, again? Let's make sure he can walk. Äh, was soll ich denn machen? Move again, X Ach so, wo ich hin, das du, dann geht ihr ja auch hin, oder wie? Pli in Durms Am Schrand gehen? In Durm Ach so Ja, ich versuch's mal, zum Dur zu gehen Ach so, jetzt haben wir die auch verschiedene Runden Ach, hier ist das Dur Jetzt versteh ich, okay Ja, ich würd gern hier Raus wollen Okay Das will ich auch blöd mit diesem Extra laufen hier, muss ich mal sagen Ah, okay, jetzt sind wir hier Moment Ach so, muss ich irgendwas hier oben Äh, mach das drüber auf Und geht doch leider weiter, Junge Decker, Connect, Move für Machen wir da mal Add to Run vielleicht, genau Oder Move? Ne Okay, was haben wir jetzt hier oben? Hier oben ist irgendwas entstanden eben Kann man da was machen? Keine Ordnung Das ist ja ein komisches Scheme Ist ja gut mit dein Morning Ein guter Add to Run Ist da auch noch ein Weg Kann man hier besser hergehen jetzt, ne? Ah, da ist er wieder Ah, irgendwas mit dem Sieb So, warte, was ist denn eigentlich mit dem hier? Kann man da irgendwas machen? K.O., muss ich den hauen? Ja, das ist ja gut mit deinem Walling Da haben sie schon ein komisches Spiel Wie geht es aber gut? Ist aber besser als nix Wollen wir mal jetzt Hier stand doch eben was anderes da Warte mal Channel Na, machen wir End One End One Wir haben irgendwie bestimmte Züge hier immer bloß Also ich kann hier irgendwie aber auch nix machen Mit diesen komischen Kunden da Oder kann ich da irgendwas machen mit diesen Kunden da? Ich hab keine Ahnung, Leute Na ja, gut, dann gehen wir mal hierher jetzt Zu diesem Sieb Keine Ahnung, was auch immer ich hier mal machen soll Also irgendwas kann man jetzt hier machen auf alle Fälle Ah, okay, jetzt haben wir hier irgendwas Drinnen Okay So, haben wir geschafft Jetzt gehen wir nochmal zu diesem Ding hier Und, ähm Jetzt kann ich was machen Achso, vielleicht könnte ich das bloß von der Seite Äh, äh, nicht von hinten, ne? Das kann auch sein Okay, das wird schon passen dann Okay, ähm Brutal, but effective Proceed to the next door Next door Ja, dann gehen wir zum nächsten Türchen Ähm Okay Was mache ich jetzt mit diesem Ding? Da steht ein Move-Body in New Golic Äh, nur hier auch noch hinlegen, ne? Body Achso, da muss mit der Body wahrscheinlich Ähm Soll ich mal End Run machen hier? Vielleicht kann ich ja dann mitnehmen Und zur nächsten Tür sollen wir gehen, ne? Wollen wir ein bisschen her, können wir ja gehen schon mal Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt mitnehmen soll Wir nehmen da halt einfach mit, oder? Ich hab keine Ahnung Dann müssen wir doch End Run machen, weil ich komme ja weiter hier mit den In Christ hier Okay, jetzt gehen wir mal wieder her So Ähm Wollen wir mal Oh, da, da Top Body Wo ist der door? Vielleicht kann ich den nicht mitnehmen Oder soll ich den vielleicht irgendwo abliegen? Also liegen lassen, meine ich Aber der hat ihn ja nie losgelassen, ne? Wenn ich jetzt mal sagen darf Wollen wir mal End Run hier Warte mal Ähm Äh So, jetzt haben wir die Tür schon mal aufgemacht Genau Können wir auch schon mal hier Reingehen Ja, ich mach die Tür hier wieder zu Ja, ich mach die Tür hier wieder zu Bist auf Hab ich jetzt was zugemacht? Ne Jetzt, ja, da liegt der dahinter Okay, das wird passen, denke ich mal Wir nehmen sie mal an, dass es passt, oder? Weil da hab ich ja K.U. gehauen jetzt, ja Jetzt gehen wir mal da her Genau Und dann können wir diese Tür aufmachen hier Ja, ich verstehe kein zwei Keyword, aber Der irgendwie Irgendwie hat es einen Sinn, sag ich mal hier, ne? So, jetzt sollen wir zur nächsten Tür gehen, wahrscheinlich, ne? Oben Türbeck, ja, das hab ich ja auch festgestellt Dass man die Dose aufmachen kann Ja, ja, ist gut So, enttönen Ich sag mal enttönen Okay, dann gehen wir hierher jetzt, ja Und machen diese Türe auf, hier, ne? Seh ich mal so, ja? Ähm, was haben wir jetzt? Alarm geschlagen, oder was? Oh ja, ich glaub, das ist jetzt hier Bisschen Alarm geschlagen Machen die Tür wieder zu? Weil ich muss sich ja erst mal hier durchschauen, oder? Was ist hier denn? Was ist hier denn von Alarm? Moving Oder mal Ähm Dann machen wir doch mal Ist egal, wir gehen jetzt hier rein Ach, geht doch nicht Moving into Ambivision Ähm, ja, wir sind irgendwie hier Irgendwie wären wir hier Ähm, Moment mal Irgendwie sind wir hier Ach, jetzt da oben Jetzt hab ich es gesehen Da ist diese komische Komm mal, okay Die müssen wir hacken Ja, ja, okay A1 Und was haben wir noch Oh, mei, mei Das ist also irgendeinen Sinn Hat es schon hier, das Game Das ist ein bisschen, ähm Ja Bisschen Mysteriös Aber auch wiederum Hat es einen Effekt Jetzt haben wir diese Kamera gehackt Okay Okay Kaution is our friend operator Get into position beside that door Mal gucken Oh, da steht jemand Oh, da steht jemand Da steht jemand Okay Jetzt hab ich hier Warte mal Ja, könnte das gehen Oder was Nee Decker Moment mal Bin ich wieder in Gefahr Moment mal Ähm Mach ich eine Runde Wo wir enden Geht das jetzt hier? Nee All right He's coming Make sure Decker is ready for him Nee, geht nicht so Achso, jetzt hab ich irgendwas genommen Moment Warte mal Das blick ich nicht durch Aber gut Attack Attack Ja, mach doch mal diese Attacke Hier Oder muss ich erst mit einer Runde Beenden vielleicht Können wir auch Was beim Renden vielleicht Oh, jetzt kommt einer Jetzt kommt einer Und jetzt, äh Bin ich tot, oder was? Oder wie Achso Das war jetzt ein Rückblick Oder was Oder wie Ah Jetzt soll ich die Tür Wieder zumachen, Leute Mal die Tür wieder zumachen Genau Dann gehen wir hierher Ja Mann Jetzt soll man mal diese Runde Beenden Wieder Und rein Wieder Und elf Ah, jetzt hab ich noch Wicht Ich glaube ich So Okay Okay Jetzt hab ich noch Wicht Okay Perfekt Steel Ah, jetzt kann man Stehlen Jawohl Stehlen Stehlen Meine Ich War da jetzt noch was Endrun Machen Jetzt ist diese Leichnung weg hier Oder wieder Na ja Kann ich ja Jetzt So Gehen wir hier weiter Es ist ja irgendwie schon Interessant das Spiel Aber irgendwie auch wiederum nicht Aber gut Ist egal Es ist Von jedem was dabei Bieten was dabei Aber man kann es auf alle Fälle mal spielen Und wie heißt das jetzt nochmal das Spielen Ähm Weiß ich doch Machen wir mal Säven Und dann zeige ich euch mal kurz wie es heißt Ja, Säven bitte Und Exit Also in Visible Konsole Edition Also Ähm Ja Es ist halt Also es ist schon ein interessanter eigentliches Spiel Ich denke ich werde schon nochmal kurz ein bisschen zocken Aber ich denke das lang für diesen ersten Für diesen einen Bart hier Weil ich es ein Game vom Oktober Äh Quatsch Also Mai oder Mai Dezember 2016 Und wir haben halt den 6. Dezember Der Nikolaustag Genau Hochraten wäre es wahrscheinlich erst später Aber ju dann Beende ich erstmal hier das Game Und bis zum nächsten Ciao Bis zum nächsten Mal